Baaai Hehehe Landeabflug auf Mumbani Mumbani Oh wenn die dann würde Maker haben, ne? Beziehen Sie Verteidigung Mist, das wird mies Kampfbereit Verteidigung Yo Aber andere diesmal toll Die Leute, die sich nicht entscheiden können Alle 5 und ich bin Level 4 Hat aber meistens nichts zu was zu heißen Und die sind nett Man kann echt sagen, die sind verdammt nett Und so kein Rumgeflame und alles Ja Nein Ja ja Angreifer in 30 Sekunden erwartet Komm bestimmt keiner raus, oder? Da kommt da jemand raus Das siehst du ja leider nicht Abwarten Yo Drei Zwei Eins Los geht's Ne, von da aus nicht Ja 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 Yo Der Affe Hehehe Yo Verkiss es Der Affe wieder Der Affe Der Affe wieder Weg ist der dämliche Affe Weg ist der dämliche Affe Weg ist der dämliche Affe Hehehe Na wie gut das wohl laufen wird Ja vergiss es Bye Warum verlassen die eigentlich das Match? Ey, die sind so schlecht, ne? Leute, die einfach das Match verlassen Leute, die einfach das Match verlassen Fuck Jetzt hat er mich gekriegt Na gut Ist egal Da haben wir gestorben Ja Die Rache wird mein sein Aber das ist trotzdem echt das geile Wenn die einfach das Match verlassen So lächerlich Äh, keine Chance Ich sterb schon wieder Ich verlass mal das Match Ist echt so ey Manche sind so Scheiße Ja ja Du mir ja auch Ja, danke für die Heilung Wow Ich hasse diese Alte, ne? Scheiße Ja, scheiß die Wand an Fuck Mist Ach du Kack Jaa Wie du Mecker ey Na Und ich lauf da auch noch direkt rein Da ist jemand von irgendwo runter gefallen eben Irgendwo Hm Muss nach oben Jo Scheiß wieder Mecker Niemand durchschreitet Die Iris So weg mit euch Nein! Äh 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 Jo Da bist du ja Da bist du ja Ach scheiße Hat die mich noch mit Voll 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 abgeknallt Äh Warum häng ich jetzt hier fest? Betäubt Ey, raus hier aus der Betäubung Ja ja, noch 30 Sekunden Ja ja, noch 30 Sekunden Und boy Das mies Wir verlieren den Punkt Hm Wir haben es gleich geschafft Bye Nur weil Widowmaker hier wieder drin rumrennt Weg ist sie Komm Wir haben es geschafft, komm Boi Scheiß die Wand an Ey Highlight des Spiels Hehehe Bestieren Ja, aber ist ja kein Wunder, ne? Verlückt der dann als Panzer? Hallo, was sind Punkte? Ehefisch Schön, dass meine Arbeit betätzt wird Naja, nicht besser als vorher Sieben Todesstöße Ängste Killstrike Mit vier Stück wieder Eben bei der Länge bleibe ich, ne? Kann das sein? Naja Machen Sie sich bereit zum Angriff Machen Sie sich bereit zum Angriff Und ich weiß nicht, wo zwischendurch der Cut war Waren 30 Minuten schon wieder Ja Der Tod ist unser oder unter euch Der Tod ist unser Meint ihr, dass ihr mit meinen APM mithalten könnt? Das war ich nicht Hallo Ach ja Der Tod bläht auf Zurück Wusch Ach 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 Alle Werte im grünen Berat. Ich bin Angst und Berat. Dieses Rumgespiele immer. Tschüss. Fünf, vier, drei, zwei, eins, go. Also, los geht's. Los, sie los, sie los. Mhm. Weg ist er. Warum hätte ich eigentlich nicht gedrückt? Nee, vergiss es. Vergiss es. Weg ist der Tank. Wow, war das knapp jetzt. Hab ich erstmal den Kip... Ich glaub's nicht, hab ich erstmal den Tank platt gemacht. Glaubt, er kann mit dem Tank nicht spielen. Glaube ich nur. Bin ich mir aber nicht sicher. Ähm, ja. Ach, hier kommt man längst so lang. Scheiße. Na gut. Wir halten einen aber auch zurück hier. Yo. Er hat mich voll erledigt. Wir haben keinen Heiler dabei, das ist doch das Problem. Nein. Yo. Die mit ihrer Eiskanone. We die, wir... Es ist keine letzte Ruhe. Es ist ja der Tod selbst. Okay. So hab ich mir das vorgestellt. Hm. Scheiße. Ja, der ist viel zu stark da drin, was das angeht. Zack. Und erledigt war ich. Ich glaub, das Gegner-Team ist schwerer. Rasho-Haschwa. Ja, ja. Ich greife das Ziel an. Schließt ruhig wieder an. Eliminiert. Jo. Der Typ, ne? Jo. Ich schließe mich mal ein, du alte Hexe. Und Punkt einnehmen, komm, 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 komm. Okay. Scheiße, jetzt hat er mich auch noch gekillt. Aber ich hab ihn noch erledigt. Wait, I will. Wow. Nein. Oh. Das Ding haut auch einen Schaden rein, das ist heftig. Das Ding haut aber auch einen verdammten Schaden rein. Ich brauch mal Heilung. Boah, ehrlich jetzt? Scheiße. Da sagt mich auch noch gekillt. Hätte mal nicht rauskommen sollen. Ja, der hat mich doch noch nicht mehr erwischt. Hallo? Der hat mich doch nicht erwischt. Ja, ja. Normalerweise könnte man ja tauschen, aber irgendwie hab ich keinen Bock dazu. Weil ich mit dem besser werden will. Um einiges besser. Habe ich den jetzt erledigt? Habe ich den nicht erledigt, den? Nö, habe ich nicht. Hahaha. Heilung. Gut. Wow. Achso, ja. Gut. Ich bin schnell hinterher. Jetzt hat die mich auch noch eingesperrt, die Alte. Ich glaub's ja nicht. Hat die Alte mich auch noch voll eingepunkert. Das war nicht so gut, von da zu starten, sondern direkt da rein wäre besser gewesen. Hm. Genji, natürlich. Natürlich Genji. Ey. Hier ist das Ding. Hier rinnt so einmal drin rum, ist klar. Wird grad schon sagen, hast du... Helden sterben nicht. Helden sterben nicht. Ja. Gegnerisches Geschütz. Der Drache verschlägt euch. Wir müssen es schaffen. Der ist weg. Okay. Die war weg. Hier, Alter. Weiter. Ja, ja. Nein, 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 nein. Der hat mich in die Wand geklatscht und ich konnte mich nicht bewegen. Was soll denn der Scheiß? Der hat mich immer gegen die Wand geklatscht, der Typ. Oh Mann, ey. Mach dich nur stärker. Oh, die da will. Ey, ist das mies. Na gut, eigentlich läuft das relativ gut. Weil die es schaffen ja noch zurückzudrängen. Was ist das? Nein. Wow, ey. Bin ich gerade alleine? Ja, ja. Ey, Tracer ist so ein Mistvieh, ne? Stirb, Tracer, stirb. Ha, weg bist du. Boah, Tracer ist nämlich auch nervig. Tracer ist nämlich auch verdammt nervig. Boah. Dieser scheiß Geschützturm da oben, ne? Nein. Jetzt hat er mich auch noch voll erwischt. Schaffen wir nicht mehr. Schaffen wir nicht mehr. Mist. Aber es hilft ganz gut. Dass sie uns so blockiert haben, ne? Ja, Genji. Das ist auch unser Genji. Genji ist auch von mir. He, er vor da rein. Ja. Ja komm. Find ich auch mal so nett. Aber der Tank ganz gut war Geversuchter Schaden Längster Killstrike Vier Stück schon wieder nur War ja irgendwie klar wieder Oh man ey